So Freunde, heute zeige ich euch mal ein ganz schnelles Gericht und zwar machen wir das Florentiner Brioche Sandwich. Und zwar frischer Blattspinat, pochiertes Ei, Brioche Brot, ein bisschen angetoastet und eine kleine Hollandaise Express dazu. Also das Ganze im schnellen Durchlauf. Schaut es an und macht es nach. 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leute, macht es nach. Das Rezept, wenn ihr es haben wollt, schreibt mir ganz einfach eine Mail oder wie auch immer. Am Ende ist es sehr einfach zu machen. Der Rizzo ist raus. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao. Und immer schön Rizzo bleiben. Tschüss.